Willkommen liebe Freunde zu einer neuen Arena-Runde aus The Old Republic. Meine Mission ist nach wie vor klar, der Sabo-Heiler soll wieder groß werden. Das ist meine Mission. Ich habe leider keinen Zwischenstand, wie ich so dabei bin, aber... Hört schon. Äh, er haut wieder ab, na gut. Ah, da bist du ja. Komm hier mal. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Sehr gut. Ah gut, vielleicht doch nicht ganz so, wie ich es auch hatte. Die Reflect. Sehr guter Junge. Okay, wir führen mit zwei Punkten. Mit zwei Leuten. Noch eine kritische OP-Sonne, das reicht. Yes. Machen wir das noch. Und dann Verheilung und dann war es das. Sehr schön. Und schon steht es 1 zu 0 für uns. Und das sah doch gar nicht mal so schlecht aus. Gut, der eine Tote, der nagt jetzt so ein bisschen, aber... ...kriegen wir hin. Ja, ich habe mir fast gedacht, dass wir die beiden Top-D'ds füttern hier heute. Tschüss. Auf geht's. Ah, ihnen ist endlich aufgefallen, dass sie eben in der ersten Runde den falschen Jugger angegriffen haben. Ich hoffe, ich weiß, was ich zu tue. Ich hoffe, ich weiß, was ich zu tue. Nein. 1 zu 0 für uns. Nein, 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 nein. er wird überleben aber er wird ich habe wirklich so gehofft dass er überleben aber egal am ende haben es irgendwie sauber über die zeit gebracht der haps bin ich noch nicht ganz so zufrieden aber das wird noch gut das war es jedenfalls erstmal für heute sicheres solides 2 zu 0 dank dass ihr dabei war danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal